Als Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismusgesellschaft darf ich im Namen aller unserer Mitarbeiter dem FIS Sommer Grand Prix hier in Hinterzarten zum 30-jährigen Jubiläum meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Wir freuen uns, dass eine solche hochkarätige, über so einen langen Zeitraum stattfindende Veranstaltung hier im Hochschwarzwald in Hinterzarten stattfindet und wünschen der Veranstaltung alles, alles Gute und freuen uns auf viele, viele weitere Springen in den nächsten Jahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017